Hotel Wallern. Ihr Zuhause bei Urlaubs- oder Geschäftsreisen in die Vitalwelt Hausrug. Zimmer, Seminarraum, Kaffeehaus. Genießen Sie höchsten Komfort in moderner Atmosphäre oder treffen Sie Freunde in unserem gemütlichen und öffentlichen Kaffeehaus. Wir freuen uns auf Sie. Hotelwallern.at. Wels, Christkirchen oder Everding in ein paar Minuten erreichbar. Zentraler geht's nicht. Planung, Fertigung, Montage, Instandhaltung und Service. Zaunagrub.com Gasthaus Scheich in Wallern. Dort, wo es die wahrscheinlich besten Back- und Brathänderl des Universums gibt. Scheich-Wallern.at VW und Audi Rosenauer GmbH in Wallern an der Trattnach. Zufriedene Kunden sind unser oberstes Ziel. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. VW und Audi Rosenauer. www.rosenauer.at Regionalmagazin in Donauhausrug. Ihre Zeitung mit viel Sport aus der Region. regional-magazin.at Internationale Snowblend-AIWR-Bergrennen. Von Esthofen rauf nach St. Agata am 22. und 23. September 2018. Wer da nicht dabei ist, der bestraft sich selbst. Bergrennen.at Oktoberfeststimmung beim SV Zaunagrub Wallern schon vor dem Trattnachtal-Derby gegen den SV Pöttinger Christkirchen. Der SVW an diesem Wochenende generell in Feierstimmung. Dafür gibt es auch Gründe. Denn erstens läuft sportlich seit zwei Wochen top. Und zweitens feierte man schon am Vortag das 20-jährige Firmenjubiläum des Namensgebers. Ohne dem Vorzeigeunternehmen Zaunagrub und der Firmenchef Manfred Zauner, seines Zeichens Präsident des SVW und seit neuestem auch Vizepräsident des LASK, wäre die Erfolgsgeschichte der Trattnachtaler ganz sicher um einige Kapitel ärmer. Die Firma Zauner oder Zauner Manfred ist ja jahrzehntelang Sponsor des SV Wallern und wir haben ihn sehr viel zu verdanken. Er ist aber auch ein harter Präsident und der Sponsor verlangt schon natürlich eine Leistung und Erfolg, was uns natürlich auch immer antreibt. Reich an sportlichen Ereignissen ist die Vitalwelt Haushock-Gemeinde an diesem Wochenende. Denn am Sonntag steht der Aufi-Obi-Lauf am Programm und im Gasthaus Scheich bilden sich zur selben Zeit über 80 Fußballcoaches aus ganz Österreich bei einem Böffeltrainerlehrgang weiter. Wallern, die Sportgemeinde kann man dazu nur sagen. Apropos Aufi-Obi, das gilt für den Gegner der Zauner-Boys bei diesem Derby. Der SVG muss diese Saison verdammt aufpassen, dass es nicht Obi geht. Obwohl man den bisherigen Gegnern meist ebenbürtig, des Öfteren sogar besser war als diese, hat die Heinle-Elf in den ersten sechs LTE1-Oberösterreich-Liga-Runden gerade einmal drei Pünktchen eingefahren. Das Glücksgefühl eines Sieges kennen die Christkirchner heuer noch gar nicht. Da wartet auf Neo-Obmann Thomas Altendorfer und sein Vorstandsteam wohl eine gröbere Zitter-Saison. Die oberösterreichische Elite-Liga ohne den SVG für sehr viele ein schwer vorstellbares Szenario. Ich wünsche Christkirchen zwar alles gut, aber nicht heute gegen uns. Natürlich sind wir unglücklich über Sankt-Marie in Kirchen und Potschallabach und wir hoffen mal wieder zu viert in der Liga zu spielen. Das wäre natürlich schon wieder ein Traum in der Zukunft. So ein Derby ist natürlich auch für uns ein Highlight in der Saison. Und ganz klar, wir werden alles probieren. Auch wenn wir einen ein bisschen dezimierten Kader haben, wir werden alles probieren, dass wir in der Liga bleiben. Kein Match gegen die Bezirkshauptstädter, undenkbar auch für den Kassier des SVW. Denn dieses Derby zieht. Weit über 400 Fans füllen bei diesem L1-Oberösterreich-Liga-Spiel der Runde 7 das Zaunergruppsstadion. Zu spät kommen darf man bei diesem Nachbarschaftstreffen nicht. Denn schon nach 40 Sekunden liegt ein Treffer in der Haushochviertler Luft. Schildberger Schuss allerdings zu wenig scharf, um Gäste 1er Hartl ernsthaft zu gefährden. Nur knapp 20 Sekunden später darf dann im Zaunergruppsstadion aber auch schon gejubelt werden. Nämlich von den Heimfinns. Edin Hodzic wird schön in den Lauf gespielt. Und jetzt ist Gäste Gohli Hartl chancenlos. Erste Minute der SV Zaunergrupp Wallern. Beginnt dieses Derby gegen den SV Böttinger des Kirchern praktisch mit einer 1 zu 0 Führung. Die Heinle-Elf, sichtlich geschockt, hat wiederum nur 120 Sekunden später Glück, dass Ibrahimovic Schuss zu leicht und zu zentral ausfällt. Aus solchen Möglichkeiten hat der gute Ibra auch schon zählbares produziert. Ganz nah dran an seinem zweiten Matchtreffer ist in der 14. Minute Hodzic nach dieser Dipplinger Vorlage. Da fehlt kein Mieter zum frühen 2 zu 0 für die Babler Mannschaft. Nach knapp einer halben Stunde die nächste sehr gute Aktion der Heimelf. Scheuten unterwegs Richtung Gästeheiligtum. Er versucht den finalen Pass, der aber dann nicht das gelbe vom Ei ist. Da hätte sich der Ex-Sammareiner wohl besser für den eigenen Abschluss entscheiden sollen. Drei Minuten später ein Corner für die Zaunerboys. Gweser schlägt das Leder aufs lange Eck. Dort steht einsam und verlassen Spielkammerad Schildberger. Der setzt seinen Kopfball aber neben das Chris Kirchner Gehäuse. In der 33. Minute gibt es dann ähnlich für die vielen SVG-Fans etwas Erfreuliches zu sehen. Nach einer Stadler-Ecke herrscht erstmals Alarmstufe Rot vor dem Heimkasten. Diese Aktion provoziert anscheinend die Heimkicker. Denn nur zwei Minuten später antworten sie auf die eben gezeigte Gästemöglichkeit so. Ein schöner Angriff über rechts. Schöntner mit der perfekten Flanke vors Hadl gefährt. Edin Ibrahimovic hält sein Köpfchen hin und drinnen ist das Runde im Chris Kirchner Eckigen. 35. Minute der SV Zaunergruppe Wallern führt gegen den SV Böttinger Chris Kirchner mit 2 zu 0. Schon in der Nachspielzeit von Halbzeit 1 noch eine Traumaktion der Babler Elf. Ibrahimovic und Hocic spielen mit den Gästen das Spielchen Sucht den Ball. Den hat allerdings dann Hadl im Auge. Er verhindert einen Traumtreffer durch Dipplinger und damit das wohl schon vorentscheidende 0 zu 3. Damit bleibt es bei der 2 zu 0 Pausenführung für den SV Zaunergruppe Wallern gegen den SV Böttinger Chris Kirchner. Der gute Schiri Leon Fellner schickt die Teams zum antialkoholischen Getränke fassen in die Kabinen. Die über 400 auf den Rängen dürfen dagegen schon mal die erste Oktoberfest Weiße testen. Hotel Wallern. Ihr Zuhause bei Urlaubs- oder Geschäftsreisen in die Vitalwelt Hausruck. Zimmer, Seminarraum, Kaffeehaus. Genießen Sie höchsten Komfort in moderner Atmosphäre. Oder treffen Sie Freunde in unserem gemütlichen und öffentlichen Kaffeehaus. Wir freuen uns auf Sie. Hotelwallern.at Wels, Christkirchen oder Everding in ein paar Minuten erreichbar. Zentraler geht's nicht. Planung, Fertigung, Montage, Instandhaltung und Service. Zaunergruppe.com Gasthaus Scheich in Wallern. Dort, wo es die wahrscheinlich besten Back- und Brathänderl des Universums gibt. scheich-wallern.at VW und Audi Rosenauer GmbH in Wallern an der Trattnach. Zufriedene Kunden sind unser oberstes Ziel. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. VW und Audi Rosenauer. www.rosenauer.at Regionalmagazin in Donauhausruck. Ihre Zeitung mit viel Sport aus der Region. regional-magazin.at Internationales Snowblend-Aiwehr-Bergrennen. Von Esthofen rauf nach St. Agatha. Am 22. und 23. September 2018. Wer da nicht dabei ist, der bestraft sich selbst. Bergrennen.at Die Heimelf kommt, so wie in Halbzeit 1, auch in Hälfte 2, ganz schnell zu einer Top-Chance. Nach einer Heidacher-Millimeter-Flanke setzt Dipplinger das Spielgerät nur um Zentimeter über das Gästetor. Dass ein Dörby nicht umsonst auch Nachbarschaftstreffen genannt wird, zeigt diese Szene in der 50. Minute. Da verarztet auch schon mal der Chris-Kirchner-Masseur den verletzten SVB-Spieler Linkchina. Hilft allerdings nichts. Der Wallener muss verletzungsbedingt Meierplatz machen. Nach gut einer Stunde ist dann Wallern das nächste Mal sehr nahe dran an einer 3-0-Führung. Hocic verliert aber das 1-zu-1-Duell gegen Chris-Kirchenschlussmann Hartl. In der 70. Minute darf dann Hartls bis dahin unterbeschäftigtes Pendant SVB-1er Haberl endlich zeigen, was er drauf hat. Nach einem Stadler-Corner verhindert er mit einer Glanztat den 1-zu-2-Anschlusstreffer der Gäste. Tosender Applaus brandet zwölf Minuten vor Ende dieses Drahtnachtal-Törbys im Zauner-Grupp-Stadion auf. Der gilt keinem Tor, sondern einem jungen Mann, der eine lange Leidenszeit hinter sich hat. Erik Zachuber gibt nach seiner schweren Verletzung sein Comeback. Ich habe noch ganz klar nach einer langen Leidenszeit von 5 Monaten, was jetzt eigentlich für die Verletzungen nicht sehr lang ist, bin ich schon sehr froh, dass ich wieder back on track bin, sozusagen. Und ja, die Leidenszeit, ich habe viel daraus gelernt, bin mental gestärkt zurück. Und jetzt muss ich nochmal körperlich nochmal schärflich drauflegen, weil die letzten 15 Minuten, wo ich reingekommen bin, habe ich schon gescheitpunkt. Vor allen Dingen hat es wahnsinnig viel Applaus von den Fans gegeben, auch von den Christkirchenern. Ja, das freut mich sehr, dass man so wertgeschätzt wird in der Umgebung. Vor allen Dingen, was hat man jetzt noch? Für Ziele wieder ganz fit werden oder ist man schon ganz fit? Nein, ganz fit bin ich noch lange nicht. Ich sage jetzt, dass ich bei 75 Prozent bin. Von der Ausdauer her, vom Körperlichen her, von der Spritzigkeit her. Jetzt schauen wir mal, dass man das Selbstvertrauen wieder zurückkriegt. Mit jedem Training steigt natürlich das Selbstvertrauen. Step by Step. Ja, ich glaube, das ist heute noch wichtiger als die drei Punkte. Der Zachel ist ein super Fußballer, hat eine schwere Zeit durchgemacht. Und ich denke heute, dass die Mannschaft heute auch für den Zachel gespielt hat, damit er bei seinem Comeback ein Erfolgserlebnis hat. Erik, also glücklich und zufrieden, dass er wieder mit im Spiel ist. Am 2 zu 0 Erfolg des SV Zaunergruppe Wallern gegen den SV Böttinger Christkirchen ändert sich dann auch deshalb nichts mehr, weil Leibezeder die Big-Möglichkeit zum 1 zu 2 nach einer Waltenberger Flanke allerdings schon in der Nachspielzeit auslässt. Bevor die beiden Trainer zu Weißwurst und zur Moss dürfen, hier noch ihre Statements nach diesem Trattnachtal-Törby in der siebten Runde der LT1 Oberösterreich-Liga. Ja, ich denke, das geht jetzt in Ordnung so. Wallern war die zwei Tore einfach besser. Wir brauchen heute eine sehr, sehr gute Mannschaftsleistung, dass wir gegen die individuelle Klasse von Wallern mithalten können. Und das war heute nicht der Fall. Wir haben heute nicht den allerbesten Tag erwischt und dann hast du einfach da wenig Chancen. Ja, ich denke, das geht in Ordnung. Wir haben, glaube ich, eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, haben Chancen auf das 3-0 gehabt, wenn nicht sogar auf das 4-0. In der zweiten Halbzeit ist dann ein bisschen ein Unruh ins Spiel gekommen. Wir haben zweimal verletzungsbedingt wechseln müssen, aber ich denke, dass der Sieg nie in Gefahr war. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020